Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen in der neuesten, in der heissen, in der heutigen Geek Talk Daily. Es ist Donnerstag, der 12.04.2018, ihr hört die Geek Talk Daily 351 und ich habe heute die folgenden Themen für euch dabei. Netflix-Angriff, Handbrake-Update, Face ID, Edge-Entwicklung, NASA, Facebook, Cambridge, Analytica, Apple-Music-Chef und autonomes Fahren. Wir beginnen gleich mit dem ersten. Wenn ihr eine Google-Adresse nutzt, um euch bei Netflix anzumelden, gibt es da das Problem mit dem Punkt oder eben nicht Punkt sein und da können findige Leute eure Mail-Adresse quasi fingieren und mit dem Punkt weggelassen, das Konto übernehmen und über euch quasi dann ein Abo buchen. Ziemlich unschön, wenn ihr eine Google-Adresse habt und Netflix nutzt, lest den Beitrag ganz durch, ganz genau durch, besser gesagt, dann könnt ihr vielleicht darauf reagieren und ja, generell, checkt eure Mails und die ganzen Geschichten, die so reinkommen. Die Encoding-Software Handbrake ist nach wie vor eines der beliebtesten Apps, um DVDs, aber auch Blu-rays zu digitalisieren. Zum einen, um das Ganze auf den Nas zu spitzen, wie ich das jeweils mache oder natürlich dann auch eben zugänglich für einen Media-Server wie einem Plex oder einem Kodi oder eben für die Apple TV. Und genau für diese unter anderem gibt es eben Neuigkeiten in der neuesten Version 1.1.0, denn da gibt es jetzt vordefinierte 4K-Presets, wie ihr die Filme dann so zurechtbiegen könnt, dass sie zum einen auf der Apple TV, auf dem Chromecast oder Fire TV mit entsprechender 4K-Unterstützung dann auch richtig lauffähig sind. Das Coole unter Windows ist es sogar so, dass nicht nur der Prozessor da mitkämpft, um die Daten zu komprimieren, sondern auch die Grafikkarte. Das hoffe ich, wird sich nächstens auch in der OS X-Version dann ändern oder OS X-Version. Ein Analyst, immer diese Analysten, hat herausgefunden oder will herausgefunden haben, dass am meisten an der Face-ID-Kamera, an dieser True-Dev-Kamera, eine österreichische Firma aus der Steiermark, also besser gesagt in der Nähe von Graz, davon profitiert. Die sollen anscheinend bis zu 4 Dollar pro Stück daran verdienen, was bei denen 40% vom Gesamtumsatz ausmacht. Witziges, kleines Detail, die Firma wird nicht in Österreich gehandelt, an der Börse, sondern in der Schweizer Börse. Und ja, wer ein bisschen spekulieren möchte, kann da ja ein bisschen Geld einschmeißen. Bei Microsoft ist es so, wenn Programmierer oder Entwickler arbeitslos werden, weil gewisse Dinge nicht mehr so tun und gebraucht werden wie vorher, dann werden die zum einen freigestellt, aber gleichzeitig können die sich umschauen, ob sie nicht innerhalb von Microsoft irgendwo noch eine Arbeit finden. Dieses Mal, und wir hatten es ja vor ein, zwei Wochen, gab es eine große Umstrukturierung bei Microsoft und somit natürlich auch einige freigestellte Leute. Und dieses Mal gab es nicht nur die Möglichkeit zu suchen, sondern man wurde direkt anscheinend darauf aufmerksam gemacht, dass im Edge-Bereich, also dem Browser von Microsoft, noch Leute gesucht werden. Sehr wahrscheinlich geht es da um die Verstärkung beim Thema Progressive Web Apps, PWA, kurz geschrieben. Was das alles ist und so weiter, könnt ihr nachlesen bei uns in den Shownotes, verlinkt auf daily.geektalk.ch. Der Mond, ein faszinierender kleiner Planet, der um unsere, jetzt hätte ich fast gesagt Insel, um unsere Erde kurvt und uns schöne Gezeiten beschert. Den gab es ja schon vor circa sechs, sieben oder acht Jahren mal in einem Video, wo man das Ganze anschauen konnte, von der Raumsonde der NASA und die hat jetzt neues Material veröffentlicht. Bei uns in den Shownotes verlinkt ein YouTube-Video, fast fünf Minuten lang, wo ihr den Mond in 4K sehen könnt. Also richtig eindrückliche Bilder, wie ich finde, vor allem das Südpolarbecken, aber auch der Nordpol, sehr, sehr tolle Bilder. Wenn ihr auch begeistert seid vom Universum, müsst ihr das Video unbedingt anschauen, sofern ihr das natürlich nicht schon getan habt. Immer wieder mal taucht es auf, früher schon bei Twitter, auch immer wieder mal bei Facebook. Die Möglichkeit angedacht ist, dass man ein Bezahlsystem für ein Social Network einführen könnte, dass der Nutzer quasi einen monatlichen Beitrag bezahlt. Dafür werden dann keine Daten mehr erhoben, keine Werbung mehr angezeigt und solche Geschichten. Und durch den ganzen Skandal wird auch für Facebook intern diese Geschichte wieder mal ein bisschen aufgeworfen. Und man schätzt ja, dass so ein Facebook-User im Schnitt 7 Dollar pro Monat wert ist. Und somit müsste dann natürlich ein Account auch zwischen 5 und 10 Dollar kosten pro Monat. Im Artikel, den ich verlinkt habe in den Shownotes, wird es gleich mit Netflix verglichen. Hier 13 Dollar im Monat, also quasi das ein Social Media wäre sogar günstiger als ein Netflix. Würdet ihr bezahlen für eure Social Media Geschichte? Ich habe schon lange gesagt, ich würde Twitter gerne 5, 6, 2, 3 oder was auch immer Währungseinheiten in den Drachen schmeißen. Dafür keine Werbung, keine blöde Timeline und halt einfach ein schönes Netzwerk. Bei Facebook müsste ich es mir nochmal überlegen, aber ich könnte es mir auch vorstellen. Einer der Gründe, weshalb Facebook so in Trouble ist, ist ja das Cambridge Analytica, die britische Firma. Vor circa drei Wochen wurde das Amt des Chefposten kommissarisch festgelegt und der junge Herr, der durfte, wurde jetzt wieder gegangen. Also sprich, er geht zurück in seinen alten Posten und somit ist aktuell der Posten des Chefs bei dem ganzen Konzern aktuell offen. Aktuell wird auch nicht kommuniziert, wer das Nächsten sein wird. Sehr spannend, was sich da tut und vor allem spannend wird sein, wenn dann eben Cambridge Analytica vor den Senat muss. Die letzten zwei Tage war der Herr Zuckerberg da. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Themen. Das eine ist Apple Music. Da gibt es jetzt einen neuen Chef. Der Herr hört auf den Namen Schusser und war vorher unter anderem für den iBook Store, für den App Store und für den iTunes Store, also die Lounges im internationalen Bereich tätig. Und der übernimmt jetzt eben Apple Music, internationalen Content, vor allem eben ausserhalb der USA und soll das Ganze vorantreiben. Im gleichen hat Apple auch noch verlauten lassen, dass sie die Zahl vom letzten September, nämlich die 30 Millionen Abonnenten, jetzt deutlich übertroffen hat. Mittlerweile ist es so, dass Apple auf 40 Millionen bezahlende Kunden kommt. Und zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Neuigkeit von der Deutschen Bahn und den Berliner Verkehrsbetrieben. Und das gefällt mir extrem gut. Die letzte Meile gibt es nicht nur im Internet und im Telefonbereich, sondern auch beim öffentlichen Verkehr. Ihr kommt mit dem Zug bis zum Bahnhof, aber vom Bahnhof müsst ihr dann noch eine Möglichkeit finden, um bis nach Hause zu kommen. Und nicht immer hat man, wie ich jetzt hier das Glück und die Bushaltestelle direkt vor dem Wohnungseingangstür. Und da gibt es oder will eben die Deutsche Bahn in einer Kooperation mit den Berliner Verkehrsverbunden. Das sind übrigens diejenigen, die immer so tolle Werbung schalten und auf Social Media immer so cool reagieren. Wenn man einen kleinen autonomen Bus starten kann, den kann man mit einer App bestellen und quasi Anfangsort und Endort angeben. Und dann wird man autonom mit einem kleinen Büsschen dahin gefahren, wo man hin möchte. Ich finde das sehr, sehr spannend und hätte das vor allem in den Zeiten, wo bei uns morgen früh, da eher weniger, da bin ich nicht wach, aber am Abend vielleicht noch eine Stunde, zwei Stunden später halt mit einem autonomen Bus von Solothurn oder Herzogenbuchsee in meinem Fall bis nach Hause gebracht zu werden. Das wäre doch eine tolle Idee. Liebe SBB, da könntet ihr anknüpfen. Nehmt euch da ein Beispiel an dem Projekt, was die Deutsche Bahn und der BVG vor sich haben. In diesem Sinne, mehr dazu könnt ihr sicherlich im Bahncast, ein kleiner Hint oder wie sagt man, eine kleine Empfehlung in die Richtung Bahncast, ein Podcast über die Deutsche Bahn, zwei tolle Herren, die das Ganze machen, unbedingt anhören. Und ich nehme an, die werden das Ganze auch, das Projekt Loki, nochmals ein bisschen genauer besprechen, als ich es hier jetzt drin hatte. Das waren meine Themen für den heutigen Tag. Morgen ist noch das letzte von der Woche. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag, geniesst ihn und ja, wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.